und alles zu einer weiteren folge von let's play the legend of the soldiers of the kingdom war so klar im letzten part haben wir uns wieder hier auf den letzten hügelchen umgeguckt haben meine erinnerung gefunden man hier auch gut oder haben wir allgemein hier an der träne ja und jetzt wollen wir noch mal wieder in dem pilz nassen gebiet was auch immer umgucken erst mal rosa weg machen und hier in der todbringerschlucht dann auch noch mal ja und danach geht das nächstes hier runter und ja das machen wir später gucken dass wir jetzt bis jetzt geplantes machen und fangen bei grün an das ist halt auch eine große frage für die schlucht kommen bestimmt der neue butterfly und selbst wenn wir uns einfach ein flugzeug bauen müssen oder so auch nein da kommen wir hin aber dann müssen wir so ein anarium verbrauchen das geht doch nicht da muss man übrigens bald wenn wir dann da drüben alles erkundet haben gehen wir auch wieder in den himmel untergrund wird nichts aber können wir auch wenn sie doch vielleicht noch mal ein paar untergrund wir haben ja die löcher schon erstellt aber es gibt halt keine weiteren wo man einfach runter gehen kann wenn ich da auch noch mal ein bisschen im untergrund machen ja das wird gemacht aber eins im anderen ist eigentlich ein bisschen mehr auf pilze drauf mal von oben zu gucken ja dann los hier sollte es ja gehen der andere wollte aber eben nicht der andere das war kein ich glaube es bei ihnen zum abendbrot ich habe habe dann aber gedacht normalerweise er sieht dann nichts dazu abgedacht macht mir noch toastbrot mit salami dazu bereut ein bisschen mir kann der avocado von zu haben ich habe kurz überlegt das bereich ein bisschen ich hätte jetzt gerne avocado gehabt weiß ich nicht also avocado sie sehe ich mich glaube ich nicht genauso wenig bei aubergine oder so was ist das da vorne warum leuchtet das so krass nein der pilz das ist acht der mond nein wir stören die nicht gelb flucht so ein kleines kind nein wir machen keinen klingelstreich ding dong er braucht ein bisschen spaß hier wenn wir durch den regen laufen ich habe meinen spaß ich brauche keinen spaß indem ich andere ärgere doch doch jedenfalls nicht unbeabsichtigt meine art ist schon ärgern ist genug für manche das ist wohl auch war was da ein krok du hast du davon ist er ehrlich was das hat mich gewundert aber vermisst habe ich als ob die hier oben wachsen das ist eine pflanze die gegen resistenz resistiert genau das ich hoffe ich will da drauf was ist das auch so heißt der fallung also klar ja wir haben da ballon damit kommen wir hoch beziehungsweise er kann hoch was machst du nutzt doch den ballon der da liegt ja ja dann tue ich erst mal den dreck rein was soll das die sache ich weiß nicht genau war hier auch irgendwie eine fackel oder so weil normal unser feuer wird jetzt denke ich mal haben doch klappenwerfer dem man dran packen können wir werden ja nicht mit die mitgehen oder da müssen wir doch noch schneller sein als er glaubst du kannst du es nicht heim es ist das macht das schon feuer wo ist ja überhaupt ich höre doch ja die performance ist aber auch wieder ein bisschen und sterben mal regen hat aufgehört freudig ich glaube ein bisschen mit ja naja muss nicht zwangsweise wenn man skills hat geht das auch aber es ist nicht so leicht das stimmt oder vorne kommen wieder was vom himmel runter aber woher wir kommen wir darüber jetzt dann mach ihn ab schmeißen rüber was machst du warum machst du das aus nehmen doch in die hand einfach und drüber tschüss und der springt auch drückt aber oder was auch immer man da drücken ist nicht b aber jetzt schau mal ob hier oben was ist auf den anderen ist man kann ja irgendeinen guten blick mehr wagen selbst wenn da was ist heißt das nicht dass man das von hier sieht hat auf jeden fall eine blume da wirst du nicht hochkommen oh was ist da im stein äh im stein na das sind himmelssteine aber über uns sollte eigentlich nichts sein nein das ding ist ausgegraut das wird nichts wenn du hoch willst nutzt den stein wo denn ja da liegen zwei warum mal die herkommen da kommt ja noch weiß was du hast ausgemacht von alleine ja da ist ein stein auf dem rechten da ist ein stein jetzt bist du zu weit oben naja nein unsere route du machst die ganze route kaputt ne ne ich wollte jetzt hier rein ich weiß immer noch nicht was hier sein soll ja den haben wir besiegt ne das siehst du wenn du ihn bekämpfst dann bist du mir egal aber da steht ja auch nix ich glaube hier ist halt einfach nichts ich meine der stern den man markiert hat keine ahnung führte jetzt geld irgendetwas in gedenken oder es ist der himmel einfach nur gewesen direkt ja über uns hier in dem punkt aber trotzdem musste und sehr sehr komisch wenn ich sagen dass sie auf dem ganzen donnerplatz aber nichts los ist da unten sieht es auch so aus dass er sich das weg schieben die platte da aber ja wann was muss ich dafür tun das ist die frage aber bei so sachen die wir nicht wissen wenn man das halt nachholen und dann zu gewissen zeitpunkten google ich werde das jetzt hier nicht es gibt ja auch keine keine steintafel die irgendwas sagt und es gibt ja auch keine items hierin haben kein dass das wäre glaube ich sichtbarer und ist dann rot und blau okay da war ich sehr verwirrt so jetzt dann das ist ja immer ja bitte ist sie immer komisch aussieht die sehen irgendwie aber hier zu hell aus ob die richtig krass besonders sind ja aber die wollen sagen dass es was dran an anderen wollen bis nichts dran oder es gibt ja auch laubbäume wo nichts dran ist aber ich weiß es auch nicht hier muss noch einiges sein aber jetzt übertreibt doch mal nicht dein gefühl drückte ich manchmal auch was machst du ist das nicht normal ist ja ich war eben noch nicht geredet und ich dachte das ist eine andere krasse pflanze da war noch gar nix dran deswegen wahrscheinlich eben sehe werdet nichts haben das sind pilze im see cool bei so gewässern müsste man viel öfters schauen ob wirklich drüben da drin sind ich meine jetzt nicht weil es viel zu tief ist aber sonst war das vielleicht schon öfters vertan sehr gut möglich was war das denn link macht ein körper von nicht mal meter und weiß ist das kleine insel da oben am himmel nicht so weit oben bisschen runter ein bisschen rechts runter jetzt dritte schon wieder viel zu viel aber da war so eine einzelne himmelsinsel kann man losbauen der video irgendwo hin will vielleicht steht ja da direkt und du siehst du wenn die arbeiter bei dem nein erst mal ist unser freund da wir kommen langsam ganz noch mehr machte mal sprint so nah zur küste sonst bist du mal der der sprint 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 sprung 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 ne es scheint hier her weil es müsste krok sein oder weil die einfach dass man den sehbau quert ist das ein item wenn das alte müssen somit sein das platte wird es gesagt es zählt als ja dann nehmen es mit das ist wichtig falls wir mal selber was bauen wollen das könnte knapp werden hast du schon wieder fast kaputt gemacht was hast du getan jan hat physik durchgespielt naja gut dann schieben wir das einfach mal so rein ich habe mich gefragt hätte kerzen gerade ich mach doch mal die ob gott mit wie viel gewalt was das kleinste stück holz ausgesucht oder ich muss ja das hohe nehmen sonst passt es ja nicht naja du musst es ja nicht mit einem teil machen wenn das fällt doch um also naja man nein nein ist mach so ich will dass du es machst nein das sollst du nicht noch dreimal es geht mir darum du sagtest ja wenn das so ein zentimeter war dummste so was hast du diesmal hat er mal was anderes stimmt nicht das sind immer die sachen so hast du meine krockfächer noch mit da liegt auf dem boden und die haben nix okay hier muss aber trotzdem noch irgendwas sein auf dem wasser kann doch einfach nicht nichts sein da siehst du doch hinten vielleicht nochmal aber wahrscheinlich auch nur gegner dann ist hier halt mal nichts ach cool das was die im rücken haben können die dann auch schießen das sehe ich jetzt das ergibt natürlich sind wenn man das so sieht sammelt die dinge ein direkt das hatten ja die ex halt was auch glaube ich müssten sie dann ja und immer die kiste auch noch mit wenn wir jetzt schon hier sind und ich will ja nicht ohne noch haben es ist eine elektro frucht okay aber tomaten gibt es ja wirklich da ist eine kiste sehr gut hartler geschlägt so es war kein krock aber muss reichen das ist und aber was erwartest du glaubst du kommst von da aus dran doch also das 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 kann ich das schwimmt doch nicht doch hat mir sogar schon mal gemacht bis jetzt das ist ja unten ja okay es schwimmt aber nicht besonders gut zuvor geheime sachen ich glaube du machst damit keinen wind das ding ist doch nicht schwimmbar oder ich habe nur verguckt das ist aber für mich kein schwimmen also beim besten hat gereicht genauso wollte ich das oh gott was erwartest du und wir müssen bald wieder umtauschen hat sich gelohnt aber die energies werden konnte man die eintauschen gegen das sondern in der sondage musste man eintauschen gegen das was wir brauchen ja die sphären kann man nur benutzen nein aber ein blauer smetterlinge aber mal um es zu beweisen und erzählt es nicht was erzählt nicht ja weil ich mir den ja eh nicht schaden kann mit normalen schlägen ach so ja dann müssen es beim lebendigen gegner bei einem jetzt hast du gesagt dass der stein nicht lebt was soll der jetzt denken ja dass er nicht lebt der sagt jetzt mein leben gibt keinen sinn mehr ich bringe mich um weil ich eh nicht lebe jetzt gibt auch hier gibt es keinen kopf weiter jetzt ich will da hinten noch mal hin ja da gibt es ja aber gibt hier keinen kopf dann gehen wir die schlucht und gehen wir erstmal zu blau und dann gehen wir die schlucht ja die blaue ist die schlucht nee ja ja warte ab aber aber welcher punkt denn der schlucht einfach irgendwo auf die schluchttrohre habe ich schon gemacht ach die schlucht meinst du ja das ist nicht die die ich meinte du meinst die große die meine ich ja die große guck mal ein vögelchen ein blau spatz auch sehr gut sogar ein foto und tschüss sieht ein bisschen aus wie micro ich muss aber sagen das zählt nicht weil du hast es ja schon mal gegen den anders geworfen ja du mir auch und jan ist wieder unvorsichtig gar nicht wie gar nicht du hast gerade voll aufs fressbrett bekommen alle wir vielleicht macht ja auch gleich vielleicht wie das ist das fleisch fleischpfeile kann man das kombinieren einfach so fressi draufschießen und dann lockt man damit tiere an das wäre auch cool geräte spricht nichts dagegen das wird ja nicht aufgelistet das ist das problem aber wenn man das auf den boden schießt geht es ja leider kaputt glaube ich also es wird nicht funktionieren ja dann sollte es kaputt gehen als ob sogar so natron opal sein kann bei dem stelle da unten da waren wir noch nicht doch doch das ist da wo warum ist deine markierung noch da weiß ich doch nicht aber warte mal das ist ja direkt das ist ein anderer oder naja das ist schon hier ist wahrscheinlich auch nur was vom weiten markiert haben so jetzt müssen wir hier nochmal ach da ist schon wieder diese käseschlucht was ist da na krass dreck da ist doch ein ganzer weg unter uns hier war doch in der nähe der turm wo man dann diesen mini spiel hatte wo man am meisten gleiten muss ja 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 ok kann alles kein rock da vorne ist die schlucht der staat und gehst du noch weiter rein also beim anfang der schlucht starten wir doch das sinnvollste oder in der woche andersrum ja aber von der mitte aus müsstest du dann ja in beide richtungen laufen dann haben wir ja auch nichts von wir wollen ja möglichst viel davon sehen ach du heilige der oder ist da vorne schon das ende glaub schon ja ja ok dann ist ja ok warum also warum du ach du heiliger da oben auf den stein wird nicht viel sein ok da oben vielleicht weil das so aussieht aber würde ich jetzt auch nicht drum wetten brauchen auch mal wieder ein eisstab ein elektrostab hast du noch ein ne oder vorne ja ja ich habe den schiff gesehen es guckte hallo und direkt drauf der ist ja gar nicht verwirrt doch nur halt nicht nur halt nicht da wo wir ihn angreifen können oh gott du stirbst gleich keine fehl bitte keine fehl wie du dich denn auch erst dann entscheidest wenn er kurz vorm angriff oh kurz vorm angriff war ja komm da kann sie nicht aufstehen ja tada ist halt auch wirklich nur dieser kleine graffierten topas dran also die richtigen stäbe gibt es halt nicht mehr ach schon ein bisschen enttäuschend ja das war das ist so ein kinderspielzeug ja man sollte ja jetzt auch komplett selber craften können ja aber dann warum gibt es dann das original nicht noch das spricht ja nichts gegen ich tacke auch nicht zwei stöcke aneinander und sage es ein bummerang warum eigentlich nicht naja weil die möglichkeiten dieses spiel gar nicht besteht du kannst zwar zwei stöcke zusammenpappen aber halt nicht so dass es eckig ist sondern gerade ah guck mal ein schildkopf äh nicht schildkopf schädel mehrere so nah habt ihr noch beute hier echsen was hängt da oben oh nein der eine schläft noch aber augen sind immer gut ja oh die flügel haben wir gar nicht benutzt nicht groß ne warum also nicht so krass finde ich die jetzt auch nicht was machen die hier weiter fliegen ach stimmt es wäre cool wenn man dann so ein sniper hätte so ein so ein zoom dann wäre es cool ja das ist dann schon er aber so wie es ist aber ich merke da fast kein unterschied das sind vielleicht fünf meter es fängt gleich an zu regnen mach es an los ja warte ich vor na dann aber hopper bitte regne nicht auf die sekunde bitte kein regen ach Mist ich habe ja gespampt das ging nicht mehr ach das ist ja schlimm wir klettern jetzt eh nicht oh hi na was macht ihr so haben wir beim brunch gestört ich hasse es wenn die lanzen haben marcus lanz genau das du weißt du wer das ist oder auf jeden fall also erstmal hat der zuletzt wer wird mir näher moderiert ne nicht wer wird mir näher wird denn das ähm und er hat ein talkshow lanz und er hat sich sogar marcus lanz die gucke ich halt auch an weil da öfter politiker und sowas sind äh ganz interessant politiker also ja nicht nur politiker viele leute halt aber die themen die halt die weltkarte moment bewegen sind halt sehr politisch ob es jetzt um die heizung geht ob es im krieg geht ob sie jetzt äh wie die regierung läuft das ist ein schreien neuer oder ne da kommt er her da waren wir schon ja gut dann haben wir das abgehakt ich will nochmal den brückentroll hier troll den hatten wir noch nicht ah ist kein troll aber du weißt was ich meine da möchte ich jetzt aber sehen dass du das auge auch triffst ich will von fünf treffern das vier ins auge gehen sehr schön hast du eine gute waffe überhaupt stimmt jetzt verbraucht die mal zurück ja das machst du wieder die fehler du bist 14 nah du musst wegrennen und nicht anvisieren karok brücke so jetzt ne der ist immer noch ne ah schon einer neben mhm es muss halt alles sitzen oh nein unsere beste waffe schade russ direkt die neue aus dass du nicht so viel zeit verbrauchst wenn er auf dem boden liegt und du die ausrüstest ausrüstest geht euch die beine ich glaube das ist die taktik du sollst durch die beine gehen und dann dreht er sich um dann kannst du ihn auf uns auge schießen so wird schwierig verkackt mach doch mal bitte ja aber das ist oder hast du Angst dass er dich dreht ausweichen weg da weg da hm wie viele fußnägel hat er denn oh ein boden ich raste aus dass wir den vergessen haben kürbisse foto hey gab es die einen richtigen selder ach doch rüstungskürbis ich erinnere mich ich erinnere mich aber dürfen die wir jetzt einfach nehmen ein stahlharter stahlharter kürbis der als nahrungsmittel angebaut wird als kostet hat stehlt er die out des essers und stärker zu dessen abwehr beträchtlich wir gucken ob die alte immer noch in dem einen brunnen ist und ja kann man da mal wieder hingehen ja mit sicherheit ist die noch da ja wir können da jetzt gerne hin weil wir eh noch eine sache verbessern können notiz auf dem tisch dieser schacht ist gar noch unbequemer als erwartet da er verhitze und kälte gut schützt hier benötige ich weder wärmende noch kühlende zutaten ich hätte überlegt mir ein gemüsefeld anzulegen und mich niederzulassen bin dann aber doch aufgeboren die höhlen die durch den kataklysmus entstanden sind haben meine neugier einfach zu sehr geweckt ich in unerforschten gegenden findet man auf zahlreiche zutaten wer immer neue grauen freuden sucht darf nicht lang am silben ort verweilen chef koch ratam aufbruch ratam 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 ja komm wir nehmen diesmal aus was oha bist du dir sicher ja vielleicht mal wieder ein bisschen untergrund action äh äh weiß ich nicht ich glaube ich würde mich gerne noch sein müssen dann im untergrund auch noch ordentlich aufzunehmen ja ja klar das wird passieren bevor wir ins nächste gebiet geht und dann werden wir da dinge angucken aber wir können auch noch mal was verbessern bei her improving macours macours die vielen kostet eigentlich mittlerweile die warffeltasche ACR Bogen könnte wirst du vielleicht noch einmal machen oder Endliers aber 8 oder sind wir da schon höher Ah, wir sind bei zwölf schon, oh je. Dann ist es Waffe auch. Ah, bei zwölf, ich war doch. Ja, am Anfang konnten wir so viel machen und jetzt? Ja, aber wir haben jetzt ja auch viel, also... Ist ja auch in Ordnung. Kannst du dir die anderen Teile kaufen, oder? Haben doch alle geholt. Sicher? Ja. Okay. Hallo. Ja, genau das. Ja, wie viele neue haben wir? Bin ich von fünf? Hä, na klar. Insgesamt sind es nicht fünf, aber neue fünf, ja. Es sollte noch 48 geben, das heißt, wir haben knapp... 10? 19 oder so hatten wir... Gut, denn erbitten war jetzt noch aussteuern, aber was ist für diese Folge? Noch eine gute Zusatzausdauer. Ach, die Zusatzausdauer kann mich machen. Dann verbrauchst du jetzt auch gar nicht, bitte. Ich renne jetzt noch mal im Kreis. Gut. Die kannst du... Ich könnte zwischen den Parts eigentlich auch noch mal kochen. Oder am Anfang des Nächsten ist besser gesagt. Wenn du willst es wirklich nicht, äh, doch nicht mehr vorlesen. Naja, wenn es was Neues ist, aber du musst den Part erst starten, wenn es was Neues ist. Ich weiß nicht, nein, egal. Ja, hä, das alte, der gedönstere kann das nicht... Wir können es doch einfach so machen, wie im letzten Mal. Du sagst aber nur, was wir Neues haben, aber... Genau, und wir werden im nächsten Part durch die große Schlucht gehen und gucken, was da uns erwartet und auf die andere Seite. Wenn wir da fertig erkundet haben, geht's runter. Und dann geht's von Himmelsinseln und dann geht's in das nächste Gebiet. Also, nicht verpassen und like gelassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.